Hallo Leute, hier ist wieder euer Modellbahner44 zu einem weiteren Modellbahnenvideo auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein kleines Update geben, was ich in letzter Zeit, um genau zu sagen in den letzten zwei Tagen an meiner Anlage weitergebaut habe. Und zwar, ich habe einmal mit der Frühlingswiese von Noch den Gartenbegras mit ein paar Unebenheiten drin, dann vom Busch das Teichset, womit ich den Mini-Teich gemacht habe. Und davor ist einfach ganz normaler Bullelsand, also wie man ihn in jedem Baumarkt kriegt. Man kann auch speziellen Modellbausand nehmen, aber ich habe auf die andere Alternative zurückgegriffen. Dann ist hier einmal die Terrasse, wo schon viele Stühle stehen. Da wird dann später natürlich noch mehr kommen. Und dann, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, ist hier hinten das Stück Wald weitergegangen. Und hier vorne ist einmal alles geschottert und hier hinten. Für den Schotter nehme ich für den Untergrund einmal Profischotter von Noch. Und zum Drübergehen nehme ich Basaltschotter von Noch. Ich nehme den Modellbaukleber von Busch und dann natürlich eine Streudose Profilea von Noch. Und dann hier hinten habe ich erstmal bis hier geschottert und hier hinten wird dann ins Gras übergehen. Und vielleicht kommen hier noch so kleine Ausstiegstribünen hin. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und der Waldboden, den ich hier überall verwendet habe, der ist vom Busch. Waldboden einfach. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Modellbahner 44. Ciao, Leute! Ciao, Leute!